Entdecke die Geheimnisse Indiens Es hat auch ganz viel Kontrast, aber es ist ein Traum für meine Sinne. Wenn ich schon nur durch die Gegend laufe, es ist so farbig, es hat so viele Gerüche, auch viel Gewürz. Es ist einfach ein Erlebnis. Ich liebe es. Tanzen, es ist auch etwas, das Inder so schön darstellen. Wenn man die Kleider anschaut. Kulinarisch mit Essen ist eine grosse Vielfalt. Es gibt so viele verschiedene Gehörings, wie es Leute gibt. Bollywood ist Familie. Das Schöne an dieser Show und dem Festival ist, dass es in diesen drei Tagen einen richtig guten Einblick in die indische Kultur bekommt. Europes Biggest Indian Festival. Vom 26. bis 28. August in Basel. Ein bis drei Tages Pässe gibt es beim Ticket Corner. Infos unter www.indienfestival.ch Wenn du an der Fashion Show vom Indian Festival mitmachen willst, dann melde dich jetzt zum Casting an.